Der Spitzhort dürfte eigentlich auch nichts bringen. Nein. Und die Rauhlederstiefel auch nicht. Naja, gut. Es ist aber noch die große Frage. Kauft Schlüssel? Ja, der Nekomand hat diesen Schlüssel bei sich getragen. Wenn ich mir so überlege, muss ich den Nekomand am liebsten aufhalten. So würde es mich nicht wundern, wenn er zu einer Gruft gehörte. Ja. Alles klar. So, das heißt, wir sammeln jetzt erst einmal hier noch die Pflanzen ein. Dann geht es zu der Gruft, die... Hier sind die Geweihte befreundet. Die Boron-Geweihte. Falscher Gott. So, Zunderschwamm noch. Ich mach' das schon. Und die Dome. Na, noch etwas Würselkraut hier. Oh, und hier sind auch alle Untoten jetzt weg. Wie praktisch. Fertig. Ja, Segen eines Magiers. Hoffentlich hat sich mit dem Tod des Nekomanden die Population der Untoten auf ein normales Maß reduziert. Nachdem der Nekomand beseitigt wurde, sollte Rakuium davon erfahren. Ja, das können wir nachher machen. Lauf' ich richtig überhaupt? Ne, untenrum ist es einfacher. Oh, hier ist eine Riesenkrabbe respawnt. Ich glaub, die respawnt da immer wieder. Bei den drei Tannen. Ja, die Riesenkrabbe da oben. Bis Bond auch. Hm. So, so, also habt ihr mich hier eingeschlossen. Und was geschieht nun? Wollt ihr mich auf Geheiß eures Auftraggebers töten? Oder handelt ihr nach eigenem Gutdünken? Äh, die verwechselt uns da irgendwie. Weder noch. Ich habe nach erbetternden Kampf mit einem Nekomanden und seinen Untoten gefolgen diesen Schlüssel erbeutet. Ein Nekomand steckte hinterher dem Unheil und ich hatte schon befürchtet. Aber lassen wir das. Wenigstens kenne ich jetzt den Grund für meine Gefangenschaft und die Untoten schwemme. Wird nun verebben. Verzeiht meine Neugier, aber was genau hattet ihr denn befürchtet? Da habt ihr recht. Ich jedenfalls bin froh, dass ich euch befreien konnte. Würde ich nicht noch weitere Hilfe? Nehmen wir mal die 1. Gewisse Bürden können nur von einem selbst getragen werden. Und danken wir Bohrern, dass die Dinge nicht schlimmer gekommen sind. Nun muss ich schnell zurück zum Dorf und nach dem Rechten schauen. Hoffentlich sind die Verlust nicht allzu groß. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Mittel Schäffler ist mit härterster Hand gegen die Untotenlage vorgegangen. Er hat alle die Befallen erschienen hingerichtet. Die Befallen erschienen? Was meint ihr damit? Nun ja, er hätte beinahe einen verirrten Reisenden hingerichtet, den er fälschlicherweise für untot hielt. Ich konnte ihn im letzten Moment davon abbringen. Allerdings ist er seitdem alles andere als wohlgesonnen. Dieser Narr, wer weiß, wo es noch im Stande ist. Ich muss unbedingt zurück, um Schlimmeres zu verhindern. Bevor ihr geht, zwar hatte dieser Necroman den Auftrag erteilt, euch einzusperren zu lassen, doch ausgeführt haben ihn zwei Grabräuber. Ihre Namen sind Trasstein und Kiesel. Trasstein und Kiesel, die beiden waren schon immer schwieriger gesehen, aber dass sie so weit gehen würden? Seid ihr wirklich sicher, dass es die beiden waren? Absolut, einer der beiden hat sich mir anvertraut. Erscheinend habe dieser Necroman ihn mit dem Tode getroht. Also gut, ich glaube euch. Allerdings ist dies jetzt nicht von allzu großem Belang. Um die Lotterbuben kümmere ich mich später. Nun rasch ins Dorf. Eines noch, ich habe sie überzeugen können, mit der Räuberei aufzuhören. Und als Zeichen der Reue haben sie mir ihre restliche Beute überlassen. Als geweihte Borons wisst ihr sicher am besten, was damit zu tun ist. Hier nehmt. Ihr erstaunt mich einmal mehr. Eine so ehrliche Seele wie die Eure trifft man selten in diesen Landstrich an. Ich werde den Spruch dorthin zurückbringen, wo er von Borons Wegen hingehört. Auf bald. Ich kann euch begleiten, wie ihr wünscht. Ihr habt schon genug für mich getan. Den Gefahren dieses Borons kann ich alleine besser aus dem Weg gehen. Auf bald möge Boron eure edle Seele schützen. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Sucht mich später, damit ich euch für euren Edelmut belohnen kann. Ihr findet mich am Boronschrein in der alten Turmruine. Also erstmal geschlossen haben wir das Grabschmuckstück. Jetzt bin ich dem Schmuck der Grabräuber zwar los, aber der Gedanke, dass es besser gewesen wäre, ihn erst gleich anzunehmen, bleibt. Ich denke, es war eine gute Idee, den Grabschmuck im Tempel abzugeben, auch wenn die Belohnung nicht wirklicher Natur war. Ja, und hier. Die Grabräuber haben die Weik gesagt. Molinde war tatsächlich in der Gruft eingesperrt und unversehrt ist sie zudem auch noch. Ihr soll Molinde im Bohr und Tempel vom Moorbrück aufsuchen. Sie wollte sich für die Befreiung bedanken. Außerdem will ich mich auch davon überzeugen, dass sie sicher durch das Moor nach Hause gekommen ist. Ja, ich kann aber trotzdem noch hier Särge plündern. Ja, die Zauberersachen können wir verkaufen. Das Elfenzeug kann Gwendolyn nachher dann anziehen. Obwohl Gladys dadurch einen ordentlichen Charisma-Bonus kriegen würde. Alle mal hergehört. Ja. Bei Vorgrem haben wir jede Menge Zeug zu verkaufen. So, ansonsten ist in dieser Gruft hier jetzt auch nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt zurück nach Moorbrück. Also jetzt Dörfchen. Wir haben ja nämlich immer noch den Büttel, mit dem wir uns auseinandersetzen müssten. Das bin ich. Zerritus, Zerritus, Astus. So, erstmal die Riesenkrabel. Wir kauen. Vier Ardor! Die Wunde wegheilen. Riesenkrabenscheren. Riesenkrabenscheren. So. Ich bin gerade so auf. Das Shit hat da unten gefehlt. So, jetzt dürfte gleich wieder der Büttel kommen. Genau. Genau, das wollte ich eigentlich erreichen. Ich habe einen Rettungsdruck zusammengestellt und wollte gerade nach euch suchen. Büttel Schäffler. Ihr wart doch sonst nie besorgt um jemanden. Seid ihr auf eure alten Tage nun doch noch milde geworden? Oder durchkreuze ich wieder einmal eine eurer durchschaubaren Machenschaften? Hahaha, euer Humor ist göttlich. Wie kommt ihr nur auf so finstere Gedanken? Ich... Guter Büttel. Ihr seid so erschreckend leicht durchschaubar für jeden, der etwas Verstand beisammen hat. Wir werden später noch darüber sprechen. Jetzt geht wieder eurem Tagewerk nach. Das gilt auch für euch, werte Moorbrücker. Ihr habt unsere Geweihte gehört. Der Rettungstrupp ist nicht mehr vonnöten. Also trollt euch. Einen Augenblick. Stimmt es, dass sich hinter der Entführung Molinde steckt und ferner mitverantwortlich für die... Was? Was sagt ihr da? Ihr habt schon verstanden. Mehrere Leute bezeugen euch, mit dem Lekomaten gesehen zu haben. Sogar er höchst selbst hat eure Komplizenschaft. Ihr Maden habt zum letzten Mal meine Pläne durchkreuzt. Sterbt alle. Okay. Er ist jetzt richtig angepisst und greift einfach seine eigenen Leute an. Verflucht. Deshalb ist der Büttel immer häufiger allein den Sumpf gegangen. Wer hätte ahnen können, dass er in solch finstere Dinge verwickelt war. So, was hat er dabei? Oh, eine Holzfäller-Axt. Zwei-Hand-Hiebwaffe. Selbst ich bin überrascht. Das hätte ich nie von Burgumil erwartet. Wir schulden euch Dank, dass ihr seinen Verrat aufgedeckt habt. Traurig, dass alles so enden musste. Ja. Lass uns alles weitere in meinem Tempo besprechen. Bitte besucht mich dort. Ja. Hoffentlich passiert nichts. Barbaron, endlich keine Untoten mehr. Und bitte, bitte auch keine anderen fiesen Kreaturen. So. Das heißt, jetzt geht's erstmal zu Bredo. Der ja hoffentlich immer noch da hinten versteckt ist. Und immer noch ziemlich morastig aussieht. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr die Burmwald gewaltt finden können? Äh. Ja, ich konnte sie im Moor aufspüren. Molindes, sicher und vorbehalten, um ihm Bohr und Tempel angekommen. Freut mich wirklich sehr, das zu hören. So war diese von schrecklichen Erlebnissen gesäumte Reise wenigstens nicht völlig vergebens. Richtet jedoch bitte aus, dass ihr Paket hier unten auf sie wartet. Nach dem Vorfall mit der Hinrichtung möchte ich nicht mehr ins Dorf. Und nehmt dieses Parfümfläschchen als kleiner Finderlohn für Molindes Wiederkehr. Hier für euer Vorrang gegen Wurkestank. Gewiss, ich werde es ihr zutragen, sobald ich die Gelegenheit ergibt. Und vielen Dank für den Finderlohn. Auf bald. Möchtet ihr noch etwas? Ja, deine Waren. Äh, wir haben jetzt zu verkaufen. Den Vulkanglas durch... Den Magierstab. Nee, wobei doch, den behalten wir mal, aber... Rostige Haumesser können weg. Pike, Schaufeln. Magier stecken. Krähenfüße, die ganzen Fusseln können weg. Wurfbeile, Schlingenfalle, Messer und Wurfdorche, Mausefalle, blutige Beile, die ganzen Pfeifen, die Riesenkrabenscheren, Messer, Flachmann, Spitzhacke, Wolfsrattenschwänze. Krähenfüße.